Hallo zusammen, wir befinden uns ja momentan in einer ganz schwierigen Situation. Viele fragen sich, kann ich meinen Job halten? Wann kann ich meine Liebesten endlich wieder einmal in den Arm nehmen? Oder die Familie sehen? Auch bei den Promis geht diese Krise nicht spurlos vorbei. Wir haben hier zum Beispiel den DJ Antoine, der sich ja sehr prominent erkundigt, wenn er endlich seine Ferienwohnung wieder sehen kann. Und an dieser Stelle würde ich wirklich mal sagen, Antoine, bleib stark. Hebe durch, zusammen schaffen wir das. Einmal im Jahr bringt die Credit Suisse den Sorgenbarometer heraus. Dort wird aufgezeigt, ob er und Frau Schweizer den Schuh gedrückt. Und ich meine, wenn sich jemand in den letzten Jahren mit Sorgenproblemen ausgekennt, dann ist das wohl die Credit Suisse. Die aktuelle Top 3 des Sorgenbarometers sieht wie folgt aus. Auf dem dritten Platz haben wir die Ausländer. Herzliche Gratulation, haben diesen Platz verteidigen können. Auf dem zweiten Platz bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Wo es wahrscheinlich die Loredana oder die Püezenbueben sind. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und auf dem ersten Platz haben wir dann eigentlich so die Altersvorsorge. Und die ist ja schon seit Jahren sofort mit dabei. Und ja, da geht es nicht so richtig vorwärts in Bern. Da habe ich gefunden, hey Damian, jetzt musst du dich dann mal annehmen. Und ich möchte euch jetzt gerne meine Lösung von diesem Problem vorstellen. Als erstes würde ich mal das Rentenalter durch das Lebensalter ersetzen. Das heisst, mit 75 ist dann einfach Schluss. Das macht AAV auf einen Schlag planbar. Und ich finde, die Instrumente haben wir auch schon in der Schweiz. Wir haben Dignitas, wir haben Exit, wir haben Elektrobikes. Also das ist eigentlich von dem her tipptopp. Und seien wir mal ehrlich. Ich meine, was machst du, wenn du pensioniert bist? Also ich meine, du bist alt, unbeweglich, vergesslich. Nicht mehr wirklich so nützlich für Gesellschaft. Gut, gewisse Leute werden es einwenden. Man kann dann immer noch verbitterte Kommentare auf 20 Minuten verfassen. Oder Leute auf den Fussgängen rüberfahren. Aber das ist ja auch nicht tagesfühlend. Das muss man an dieser Stelle auch mal ganz klar sagen. Und ich habe dann auch das Gefühl, es würde helfen, ein bisschen familienintern besser Abschied zu nehmen. Da kannst du sagen, hey Grosspapi, wann ist dein Letztes? Falls man sich nicht mehr sieht, alles Gute. Aber es ist auch klar, oder? Ich sage, wir können es natürlich nicht nur oben ansetzen. Da müssen wir auch solidarisch handeln. Auch schauen, ob wir bei den Beitragszahlen etwas machen können. Und da hätte ich jetzt eigentlich an Kinderarbeit gedacht. Das hat aus meiner Sicht nur Vorteile. So hast du mit 20 eigentlich die Arbeitserfahrung, die heute von einem verlangt wird. Kannst du ein bisschen weit auch die 10 Jahre vorschaffen, wo du dann mit 55G früher entlassen wirst. Und auch der Lehrmangel ist eigentlich nicht mehr wirklich ein Problem. Und man sieht auch ganz viele Länder, die das ja schon super anwenden. Also gerade in Afrika, in Asien, ganz viele Achtjährige, die dort an einer geregelten Arbeit nachgehen. Und dann denkst du manchmal schon, es ist eigentlich verrückt, was jetzt wirtschaftstechnisch gesehen für ein Potential in den Schweizer Schulzimmer verloren geht. Und darum habe ich mich jetzt auch so ein bisschen überlegt, so zwei bis drei Stück zu tun. Ist jetzt ein bisschen blöd, ich habe keine Partnerin. Das heisst, eigentlich ist es ein bisschen schwierig. Und hast ja dann auch so ein Restrisiko, dass so richtig, richtig dumm werden. Und darum habe ich eigentlich gedacht, wäre eigentlich so Adoption eine gute Alternative. Weil da kannst du auch ein bisschen selber aussuchen, oder? Wie so ein bisschen, ja, ein bisschen selber zusammenstellen, wie so ein Blumenstrauss. Dann kannst du sagen, hey, ein ist Afrika, weil herzig, ein ist Asien, weil fleissig und ein ist Osteuropa fürs Groben. Und dann habe ich das Gefühl, hast du wirklich da eine schlagfertige Truppe bieinander, oder? Die drei ewig dankbar sind. Und du hast sie eigentlich ein bisschen gerettet. Und wenn die Werbung stimmt, du unter anderem auch am Fernsehen läuft, dann kostet so ein Kind pro Tag nur 5 Franken. Das heisst, du machst eigentlich schon allein mit der Kinderzoolage Gewinn. Und darum sind für mich Kind so ein bisschen wie Autos. Ich finde, es muss nicht immer ein neues sein. Danke.